Die ganze Ausbildungsgeschichte macht schon sehr Spaß. Ich bin Nick, ich bin 18 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Wir restaurieren zu Hause einen Schlüter, der ist jetzt seit ca. acht Jahren auseinander gebaut, den bauen wir nach und nach wieder auf. Von Fahrzeug zu Fahrzeug ist das natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man das vom Grundprinzip verstanden hat, kann man das eigentlich übertragen. Der Unterschied zwischen dem regulären Land- und Baumaschinenmechatronikerbetrieb und Jung Heinrich ist ganz einfach. Man hat deutlich mehr Zeit für seine Familie und Freunde. Wir haben eine 35-Stunden-Woche, was ja im Gegensatz zu anderen Betrieben echt wenig ist. Kohle passt deutlich mehr als, ich sag mal, in einem regulären landwirtschaftlichen Unternehmen. Man bekommt einen Führerschein Klasse B bezahlt und die Bahn hat 50. Der Zusammenhalt ist sehr groß. Alle Kollegen sind mehr als einfach nur Arbeitskollegen. Wenn du technikbegeistert bist, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Und jetzt bist du dran. Komm ins Team.